Ungleich mehr helfen mir Übungen mit dem Mundstück. Gerne nehme ich hier sogar den Buzzer als Hilfsmittel dazu. Er ist sehr klein und trotzdem lang genug um schon mehr Zentrum für Töne zu bekommen als nur mit dem Mundstück. Die Lippen können warm gemacht werden, ans Mundstück gewöhnt werden und man hat trotzdem etwas mehr Bauch und Klang im Ton als wenn man nur Bassen oder lediglich das Mundstück benutzen würde. Übungen darauf sind sehr simpel und einfach. Es geht erstmal nur darum, die Lippen in Schwingung zu bringen und den natürlichen Luftfluss anzuregen. Ich starte meistens auf einem Ton, den ich leicht nach oben und wieder nach unten verändere. Das kann ich nach oben und unten jeweils verändern. Geht hier noch nicht in hohe Extremlagen. Es hilft euch erstmal nur entspannt ins Mundstück reinzuspielen. Eine weitere Übung wäre, dass ich das Intervall nach unten etwas verlängere. Auch diese Übung könnt ihr natürlich von jedem beliebigen Ton starten. Aber dieses Öffnen des Halses bei einer langen Quart, Quint oder sogar Oktav ist schon am Anfang des Basic-Programms enorm gut und wichtig.